Verlasst euch drauf. Dieser Umzug wird eine echte Offenbarung für uns werden. Wohl eher nicht. Willst du uns verarschen? Nein, wir wollen euch nicht verarschen. Gehen wir rein? Willkommen in Shining Vale. Funktioniert die Heizung? Hier ist es ganz schön frostig. Die Villa steht seit fast zwei Jahren leer. Ich nehme an, sie ist es nicht mehr gewöhnt, jemanden Fremden in sich zu spüren. Pat ist Schriftstellerin. Ich habe seit sieben Jahren nichts Bedeutendes zu Papier gebracht. Ich bin wirklich scheißtraurig. Meine Kinder ignorieren mich. Terry ist im Büro. Ich hoffe ja, dass mich hier auf dem Land mal wieder die Muse küsst. Wenn bis nächsten Monat kein Kapitel reinkommt, werde ich den Vorschuss zurück. Ganz entspannt. Patricia. Was zum Teufel suchst du hier in meinem Haus? Pat sieht Geister. Nicht Geister. Ein Geist. Keine Sorge. Du bist nicht verrückt. Es gibt dort dunkle Mächte. Trag das Medaillon. Ich bin nicht besonders gläubig. Trag es. Okay. Wundervoll. Tinde deine Sprache, Patricia. Mach es schlümpfrig. Das ist dein Markenzeichen. Aus dem Nichts habe ich plötzlich 13 Seiten dastehen. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe nichts. Ich spüre meine Muse. Nimm die Axt runter. Hast du die Seiten geschrieben? Wir gemeinsam waren das. Du warst das mit dem Wichsvorschlag? Aber von der Palme wedeln. Das war dein Text, Süße. Jetzt lassen wir es krachen. Lass diesen Scheiß! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.